Ich spreche heute mit einem Ex-BCGler, der mittlerweile eine eigene Firma hat, mit 30 Leuten Softwareentwicklungsprojekte macht, über genau diese Branche. Und meine erste Frage ist, Tobias, werden die ganzen Softwares nicht besser und viel günstiger im Ausland, in Indien, programmiert, gebaut? Hallo Moritz, das ist eine schöne Frage zum Auftakt und tatsächlich eine Frage, die sich in meinem Arbeitsalltag immer wieder stellt. Ich kann, also andersrum, was ich natürlich nicht sagen werde, ist Ausländer bauen schlechte Software. Das ist eine absolut bescheuerte Aussage. Was ich dir aber sagen kann, ist, was ich aus meiner sozusagen alltäglichen Wahrnehmung mitbekomme, ist, dass für viele unserer Kunden, und das sind eben in der Regel mittlere bis große Unternehmen hier in Deutschland, viel in der Versicherungsbranche, viel im Banking, Für diese Häuser hat es immer noch einen Wert, wenn Entwickler fließend Deutsch sprechen und es hat für sie auch einen Wert, wenn Entwickler natürlich hier leben und sozusagen mit ihren Produkten und mit ihrer Art Geschäft zu machen vertraut sind. So, natürlich kannst du Teams mit diesen Fähigkeiten auch überall auf der Welt aufbauen, überhaupt keine Frage. Du willst es aber vielleicht nicht immer, sondern du sagst, Mensch, wenn so ein Team hier schon fertig sitzt, dann super, dann beauftrage ich das. Ich habe mal vor, das war relativ am Anfang meiner YouTube-Zeit, mit Antonio Schnieder zusammengesessen. Der war mal BDU-Präsident und der war, weiß ich auch, was es noch ist, Aufsichtsratsvorsitzender bei Capgemini. Ah, okay. Und da hat er mir erzählt, dass sie diesen Ansatz in der Projektentwicklung oder speziell Softwareentwicklung von Around the Sun oder Around the Glow Pieces, glaube ich. Ja, Follow the Sun. Follow the Sun, genau. Kenn ich noch, ja. Dass sie das etabliert haben, was bedeutet, dass sozusagen immer sich die Teams, je nachdem, wo die Sonne steht, wo gerade hell ist und gearbeitet wird, dass sie sich das, weil sie auf der ganzen Welt verteilt sind, weil sie Hunderttausende von Mitarbeitern haben, da in die Hand geben. Was hältst du von so einem Ansatz? Cool, grundsätzlich natürlich spannend. Kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Aufgaben an. Wenn du jetzt in einer Konzeption bist und sagst, boah, ich habe ein Problem, was total komplex ist, wo ich erst mal verstehen muss, wie ich das knacke, das wirst du nicht mit Follow the Sun lösen, weil du nicht sagst, okay, ich arbeite jetzt acht Stunden dran und dann habe ich das Problem ein bisschen weitergeknackt und dann gebe ich das dem nächsten Team, wo die Sonne aufgeht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Aufgaben, wo du sagst, so im Operations-Bereich, ja, dass du sagst, ich habe jetzt eben hier eine langfristige Maintenance von so einer Applikation. Ich brauche jemanden, der halt nachts aufsteht und den Server neu startet. Ja, da bist du mit so einem Follow the Sun-Ansatz, bist du da absolut gut unterwegs. Ich muss noch eine Hinzufügung machen. Er hat nämlich in diesem Interview nicht nur den Ansatz erklärt, sondern auch gesagt, dass der Ansatz gescheitert ist. Das mag schon wieder dann irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre her sein, dass sie es ein- und wieder ausgeführt haben. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber er hat damals gesagt, dass es einfach die kulturellen Differenzen in, also er hat einfach nicht funktioniert. Von den Arbeitsübergaben her, das heißt, wie Kultur eine Auswirkung darauf hat, wie ein Briefing, wie ein Projekt strukturiert werden muss, ist dann halt doch ein Tick anders. Und hat deswegen dann keinen wirklichen Mehrwert gebracht, so meine Erinnerung. Ja, also ich habe neulich eine schöne These gelesen oder was heißt These oder eine Aussage. Du musst dir halt überlegen, ist Softwareentwicklung für dich Engineering oder ist es Manufacturing? So, ist es ein Fabrikprozess, den ich zack, zack, zack hintereinander wie eine Stanze, wie ein Fließband abarbeite? Oder ist es eben eine komplizierte Ingenieursaufgabe, die eine kreative Herangehensweise erfordert? Und je nachdem, welche These du vertrittst, wirst du zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, welche Herangehensweise funktioniert. Und ich glaube halt, diese Herangehensweise zu sagen, ich suche halt jemanden, der es möglichst billig macht. Ja, das mag in einem Manufacturing-Ansatz funktionieren, das wird in einem Engineering-Ansatz eher nicht funktionieren. Schönes Beispiel. Apropos kreativer Ansatz. Euer Firmenname ist nicht selbsterklärend. Was für eine Überleitung. Du hast es mir schon mal erklärt. Ja. Ich glaube, es hat was mit euren Namen zu tun. Aber dass die Firma L21S heißt, das sieht aus Branding-Sicht, ich weiß nicht, ob es genial ist. Oder ob ihr euch damit selber wehtut. Ja, okay, also aus Branding-Sicht weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Stellen, wo wir uns damit wehtun, die gar nicht dir gleich erzählen. Vielleicht löse ich es erst mal auf. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass du dich jetzt gerade auch wieder als BWLer geoutet hast, Boritz. Weil viele ITler werden dieses L21s, wie wir sagen, ganz gut verstehen, weil es ein klassisches Numeronym ist. Das heißt, wir nehmen sozusagen einen Teil der Buchstaben und ersetzen den durch eine Zahl, die wiederum die Anzahl dieser Buchstaben widerspiegelt. Ganz konkret bei uns ist es Larscheid-Schmidt-Zermes. Ich heiße Larscheid, der Jan, mein Co-Founder, heißt Schmidt-Zermes. Und das heißt, wir haben vorne ein L von Larscheid, alphabetische Reihenfolge. Wir haben dann 21 Buchstaben und dann haben wir ganz hinten das kleine S von Hermes. Und das erschien uns damals eben als Techies, als Altieler, die wir eben sind, erschien uns das witzig. Das hat auch ein bisschen so einen inhaltlichen Hintergrund, weil als wir gestartet sind, haben wir eine Partnergesellschaft gegründet. Waren quasi ein Zusammenschluss von Freiberuflern, der Jan und ich. Und eine Partnergesellschaft in Deutschland muss immer so heißen wie die Partner. Was dann eben bei uns Larscheid-Schmidt-Zermes gewesen wäre, was jetzt irgendwie für eine Arztpraxis oder eine Steuerkanzlei total okay ist. Das sind ja die klassischen Partnergesellschaften. Aber für ein IT-Unternehmen ist es natürlich eine absolute Katastrophe. Und insofern ist für uns die L21s aus Branding sich damals schon ein Riesenerfolg gewesen, dass das so durchgegangen ist. Es gibt auch viele lustige Assoziationen, die Leute dann ziehen, die dann sagen, ah ja, 21, das stimmt wegen 21. Jahrhundert, weil ihr so modern seid. Das sind Dinge, die wir nie da drin gesehen haben. Wir haben das weitergedacht für euch. Die aber natürlich vollkommen okay sind, wenn Leute das interpretieren. Cool. Okay. Du hast gesagt, im Wesentlichen Fokus auf Versicherungen, Banken und irgendwie E-Health. Und du hast mir in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir über deine Vita gesprochen haben, deinen Weg in die Beratung, deinen Weg zur BCG, wie es dann auch da rausging, was die Gründe dafür waren, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast oder nach der nächsten Challenge gesucht hast. Und da hast du mir versprochen, in der Folge verrätst du mir, was diese drei Branchen gemeinsam haben oder warum die nur gute Kombinationen sind. Ja, genau. Es klingt erstmal total random. Es ist aber tatsächlich, wenn man es in der richtigen Reihenfolge erzählt, versteht man, warum das gut zusammenpasst. Also es gibt das Thema E-Health. Da haben ehrlicherweise der Jan und ich einfach eine lange Historie. Da haben wir schon, sogar schon zu IBM-Zeiten haben wir in dem Feld viel gemacht. Jan müssen wir kurz einwerfen, ist dein Mitgründer. Genau, ja, genau. Der Jan ist der andere Gründer von L21s. Insofern, wir haben eine super lange Historie einfach persönlich im Bereich E-Health. Das ist ein Thema, wo auch immer noch ganz, ganz doll unser Herz für schlägt, weil es einfach eins der Felder ist, wo du wirklich, wo du wirklich, glaube ich, das Leben vieler Menschen noch verbessern kannst. Und deswegen, das ist ein ganz tolles Thema, wo wir unheimlich für brennen. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, wer bezahlt denn diese E-Health-Initiativen in der Regel in Deutschland? Und das sind eben ganz oft die Krankenversicherungen. Und so sind wir quasi in das Thema Versicherung reingekommen, dass wir festgestellt haben, okay, wir haben jetzt so viel über das Thema E-Health mit Versicherungen zusammengearbeitet, dass wir mittlerweile ganz gut verstehen, wie so eine Versicherung insgesamt tickt. Das heißt, wir machen mittlerweile auch viel Geschäft im Versicherungsbereich, auch nicht mehr nur Krankenversicherung, sondern die ganze Bandbreite. Und letztendlich das Thema Banking kommt einfach daraus, dass natürlich die Finanzindustrie, die aus Versicherungen und Banken besteht, sich auch an vielen Stellen sehr, sehr ähnelt. Und dass man eben mit Erfahrungen, die man im Versicherungssektor gesammelt hat, dann auch schon quasi so einen ersten Fuß in der Tür hat im Bereich Banking. Und ja, da haben wir mittlerweile auch ein ganz gutes Standing in dem Sektor. Was sind da die Fragen, die die Kunden beschäftigen? Ja. Alle wollen digitaler werden, alle wollen nachhaltiger werden, alle müssen irgendwelche ESG-Standards einhalten. Das ist erstmal sozusagen auf Plattitüden-Ebene ist das richtig, ja. Was für uns in letzter Zeit und zwar über diese Branchen hinweg eine relativ große Rolle spielt, ist das Thema Plattformen. Also, dass Kunden nicht mehr sagen, ich will einen sozusagen eindimensionalen Use Case umsetzen, der dann wieder aber als Insel für sich steht. Sondern viele unserer Kunden merken eben, okay, dieses Plattformgeschäft, diese Vernetzung, das ist das, was immer wichtiger wird. Und es reicht eben nicht, quasi einfach nur eine digitale Lösung zu bauen und dann zu sagen, na gut, und die Daten fallen dann irgendwie hinten raus, sondern du musst die Vernetzung denken. Du brauchst wirklich einen Prozess, der von vorne, vom Endkunden, über das Unternehmen, über vielleicht eine interne Sachbearbeitung bis hin vielleicht zu einem Third-Party oder zu einem Lieferanten auf einer Strecke vernetzt ist und wo die Daten wirklich von vorne bis hinten digital durchlaufen. Und das ist im Großen die Frage, die irgendwie gerade alle umtreibt, die sich natürlich dann in der konkreten Umsetzung in allen Häusern ganz, ganz unterschiedlich äußert. Und wir sind auch in den Projekten, die wir machen, da sehr, sehr breit aufgestellt. Also von kleine Feature-Entwicklung, der Kunde hat ein ganz dediziertes Problem, bis hin zu, wir entwickeln so eine komplette Plattform, wie ich es gerade angesprochen habe, können wir quasi die volle Bandbreite abdecken. Das Gute im Leben ist ja, dass die Geschmäcker total verschieden sind. Ich finde Banken und Versicherungen unfassbar langweilig. Deswegen die Frage an dich und vielleicht auch dein Team, wie motivierst du dich dazu, wie motiviert ihr euch dazu, dieses oft sehr abstrakte Gebilde, was gefühlt nur aus Zahlen besteht, da zu sagen, wir haben da eine Vision, wir arbeiten da auf was hin. Also es ist schön, du versuchst sozusagen ein bisschen gemein zu mir zu sein. Ich habe aber den Vorteil, dass ich das ja schon ein bisschen länger mache und all diese Gemeinheiten mir schon so oft an den Kopf geworfen wurden, dass sie gar nicht mehr wehtun. Ja, das, was du jetzt gerade sagst, ist zum Beispiel ein Thema, was ich ganz oft mit Bewerbern bei uns bespreche, die natürlich, wie du sagst, eine gewisse Vision erwarten, die was Spannendes hören wollen. Und wenn du dann sagst, ja, wir machen Banking und Versicherung, dann bist du natürlich erstmal irgendwie unten durch. Und was ich dann immer sage ist, also erstmal, oder es gibt verschiedene Dinge. Erstmal ist es ja so, wir arbeiten mit diesen Branchen, ja. Wir sind aber nicht diejenigen, die daran arbeiten, noch die tausend und einste Seite papierschwarz zu machen, sondern wir arbeiten ja dort, wo diese Unternehmen selbst erkannt haben, Mist, wir müssen was tun, wir müssen uns bewegen, wir müssen besser werden. Insofern ist schon mal quasi grundsätzlich eingebacken, dass das, was wir machen, nicht total langweilig ist. Und dann muss ich auch sagen, also ich habe mir diese Frage selber auch gestellt. Ich bin, wie gesagt, auch in die Versicherungsbranche ein Stück weit einfach reingerutscht, weil du halt, ne, dann bist du irgendwie in deinem ersten Job und dann macht dein Chef halt immer Projekte mit Versicherung. Ja, was machst du dann? Also dann machst du das auch. Kannst du gar nicht ändern. Und ich hatte dann irgendwann so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen jetzt eine Existenzkrise, aber ich habe mich irgendwann gefragt, so, warum mache ich das eigentlich? Ich finde es doch gar nicht so spannend und wie bin ich jetzt überhaupt hier gelandet? Und wäre es nicht viel cooler, was im Automotive-Bereich oder whatever zu machen, wo ich vielleicht irgendwie persönlich mehr Leidenschaft für habe? Und ich habe dann aber mit vielen Leuten gesprochen, die halt schon länger in dieser Branche unterwegs waren, also in der Versicherungsbranche und die haben mir unisono alle erzählt, naja, ich bin da irgendwie so reingerutscht und irgendwann kennt man sich halt damit aus und dann fängt es ja auch irgendwie an, Spaß zu machen. Und damit habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen und habe gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Branche, die man jetzt so typisch als Kindheitstraum hat. Es ist aber eben nach wie vor eine Branche, wo du auch mit echt, sage ich mal, aus ITler Sicht, überschaubarem Aufwand echt noch super coole Verbesserungen erwirken kannst. Und das ist für mich etwas, wo ich nach wie vor eine Motivation daraus schöpfe, weil ich sehe, dass meine Arbeit am Ende wirklich einen Mehrwert biefert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine coole Branche. Ein Freund von mir ist der Dr. Marco Adelt, der hat Clark mitgegründet. Cool. Und der hat mal erzählt, bei einer Veranstaltung, die wir ausgerichtet haben, hat er einen kurzen Vortrag gehalten in Frankfurt. Und was mir nicht bewusst war, was ist dann, also ich glaube, man kann dann Wege finden, wie man es sich auch spannend macht. Ich versuche jetzt wieder zurückzudern, du merkst schon. Dass er gesagt hat, schau mal, bei uns allen in der Ausgabenstatistik gibt es in der Regel den Punkt Miete. Und dann kommt dann zweiter Position in der Regel, wenn ich jetzt kein unfassbar großes Auto fahre, kommt das Thema Versicherung. Das heißt, so die Auswirkungen auf uns alle, was es für eine Milliardenindustrie ist und mit Clark dann da gewisse digitale Dinge komplett anders zu sehen, als es die großen Konzerne könnten, Marketing, Vertriebswege. Das ist nochmal eine andere Sache, aber das fand ich spannend, um einfach die Bedeutung, das Gewicht in unserem Leben an sich doch wieder bewusst zu machen. Auf jeden Fall. Und was ich auch irgendwann erst realisiert habe, also als Jugendlicher denkst du irgendwie in der Versicherung, was denn das für ein Quatsch ist, was für deine Eltern, und das ist irgendwie was, Geld, was einfach nur weg ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind Versicherungen natürlich ein riesiger Luxus, den du dir erst mit einem gewissen Level an Wohlstand, was wir Gott sei Dank hier in Deutschland so im Durchschnitt haben, kannst du dir das überhaupt erst leisten, dich gegen gewisse Risiken abzusichern. Und das ist etwas, was total cool ist. Also das hört sich nicht so an und das hört sich jetzt an nach ganz plumpem, ekligen Versicherungsvertrieb. Was ist denn deine liebste Versicherung, die du hast? Ich habe mal gelernt, keiner wacht auf und sagt, ich habe jetzt Lust, hier eine Haftpflicht abzuschließen oder eine Ausfahrt. Ich hoffe, dass die liebste Versicherung sicherlich die Krankenversicherung ist, oder? Also das ist zumindest ja das Thema, was am Ende irgendwie alles entscheidet. Aber ja, natürlich, also du hast ja, ich, okay, du hast mich in die Ecke gedrängt. Also ja, Versicherungen sind unsexy, aber trotzdem ist es gut, dass sie gibt und sie sind sinnvoll und wertvoll. Und wenn man sie besser und effizienter machen kann, dann kann man vielen Menschen helfen. Trotzdem haben sie natürlich, und das ist auch Teil unserer Arbeit und was unsere Arbeit auch ein Stück weit spannend macht, sie haben natürlich ein großes Problem. Sie sind halt, also niemand hat Bock, mit seiner Versicherung zu interagieren. Und wenn du mit deiner Versicherung interagierst, gibt es quasi immer nur die Chance, dass sie es verkacken. Weil wann hast du mit denen zu tun? Okay, irgendwann ganz am Anfang in einem Sales-Prozess, das ist dann abgeschlossen. Dann im Schadensfall. Und dann erst wieder im Schadensfall. Und im Schadensfall hast du halt die Möglichkeit, wenn das irgendwo nicht läuft, dass die Leute dann sagen, boah, jetzt habe ich jahrelang für diesen Mist bezahlt und jetzt funktioniert das nicht richtig, jetzt bin ich mega enttäuscht. Oder du sagst halt, boah, das hat super smooth funktioniert und das war ein richtig angenehmer Prozess. Und das ist das, was unsere Arbeit so spannend macht, weil wenn wir diese Prozesse cool gestalten und wenn diese Prozesse gut funktionieren, dann schaffen wir halt einen riesigen Mehrwert. Und das ist das, was mich nach wie vor begeistert und wo auch ehrlicherweise noch verdammt viel zu tun ist in der Versicherungsbranche. Ich verstehe. Du brichst den Lanze für die Branche. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Okay. Das ist ja auch irgendwo Fundament deiner unternehmerischen Karriere. Kann sein, dass ich ein bisschen biased bin, ja. Und ihr seid jetzt 30 Leute. Wann habt ihr angefangen? Wir haben 2020 gegründet. Damals waren das aber nur der Jan und ich. Wir haben halt auch da wieder, ich weiß sozusagen, dass sich natürlich geradlinige Success-Stories immer am allerbesten verkaufen. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben am Anfang, als wir gegründet haben, gewusst, dass wir was Unternehmerisches machen wollen. Und wir haben damals den Gedanken gehabt, naja, wir machen so drei, vier Tage in der Woche einfach ein bisschen Freelancer-mäßig, ein bisschen Programmierungsprojekte, sodass wir uns irgendwie finanzieren. Und die restliche Zeit, die nutzen wir, um an unserer eigenen Idee, an unserem eigenen Produkt zu arbeiten. Und die Idee war immer so, ja, Montag bis Donnerstag machen wir als Freelancer und freitags treffen wir uns dann und arbeiten an den eigenen Ideen. Ein eigenes kleines Google. Ja, whatever it may be, das wussten wir damals noch gar nicht. Also wir haben halt nur gesagt, okay, wir blocken uns diese Zeit und der erste Step ist halt, wir machen Ideenfindung. Und die Wahrheit ist aber, dass diese Freitage nie stattgefunden haben. Oder vielleicht ein einziger hat vielleicht stattgefunden. Und ab dann waren wir halt in diesen Freelancer-Projekten wieder so engagiert und hatten so viel Spaß an der Projektarbeit, dass wir gesagt haben, ach komm, jetzt den Freitag, da hauen wir jetzt auch noch rein für den Kunden. Und nächsten Freitag sprechen wir aber ganz sicher wieder. Sechs Tage die Woche gearbeitet. Ja, es hat einfach Bock gemacht. Und das war dann, glaube ich, der Punkt, wo wir dann realisiert haben, okay, dieses Beratungsgeschäft, das ist halt das, was wir machen wollen. Das ist das, worauf wir Bock haben. Und dann haben wir es halt, dann haben wir es halt wirklich auch angefangen zu skalieren und haben gesagt, okay, es kann halt nicht funktionieren, dass nur wir beide irgendwelche Projekte machen, sondern wir brauchen halt ein stark kräftiges Team und haben dann ziemlich genau nach einem Jahr eben den ersten Mitarbeiter eingestellt und sind dann jetzt eben seitdem auf diese 30 Köpfe angewachsen. Cool. Die Art, wie du sprichst, die Art, wie du auftrittst, lässt mich darauf schließen, dass du ein guter Verkäufer bist. Ja, das ist etwas, was mir oft unterstellt wird. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, Leute zu gewinnen, weil ich einfach, also weil ich ehrlich überzeugt bin von dem, was wir tun und weil ich gerne andere Leute mit dieser Begeisterung anstecke. Ich musste aber auch sozusagen in meiner unternehmerischen Zeit dann lernen, dass Vertrieb natürlich mehr ist, als Leute zu überzeugen, sondern es ist vor allem auch eine prozessuale Maschinerie. Du musst dir überlegen, ah, du musst den Leuten hinterherlaufen, du musst die Reminders schicken und so und das ist der Part, den akzeptiere ich, weil er mir die Möglichkeit verschafft, mit Leuten zu sprechen und die zu überzeugen und mit denen eine gute Zeit zu haben und das ist der Teil, den ich wirklich gerne mache. Hast du das in deiner Zeit bei BCG gelernt in zwei Jahren? Das ist sicherlich etwas, was du im Consulting immer lernst, weil im Consulting geht es ja immer in irgendeiner Form um Sales. Also du hast ja, du bist das Produkt. Das kann man gerne versuchen, anders darzustellen, weil sich das irgendwie doof anhört. Aber am Ende ist es so, du als Berater bist das Produkt, was verkauft wird und es geht einerseits immer natürlich darum, für den Kunden exzellente Arbeit zu machen, aber man muss auch sagen, du arbeitest dort natürlich an hochkomplexen Themen und du musst dem Kunden auch ein Stück weit erklären, dass diese Arbeit, die du machst, auch gerade wirklich gut und wertvoll ist, weil der Kunde dich natürlich als Experte beauftragt und nicht unbedingt immer sozusagen sehen kann, ist das, was du machst, jetzt wirklich gut, wenn du es ihm nicht erklärst. Und deswegen ist Vertrieb immer ein Stück, was irgendwie dazu gehört. Ich sehe mich aber nicht als klassischen Vertriebler, weil ich genauso gerne, wie ich Vertrieb mache, zum Beispiel auch Recruiting mache. Weil es für mich am Ende ist es für mich genau das Gleiche. Ich spreche mit Leuten und überzeuge die davon, dass das Unternehmen, was wir hier haben, cool ist. So, natürlich aus einer anderen Perspektive, nicht aus der Perspektive, du kaufst unsere Arbeitsergebnisse, sondern du gibst uns deine Zeit und arbeitest bei uns. Aber es ist am Ende genau das Gleiche. Ich muss jemanden davon überzeugen, dass das, was wir tun, cool ist und das macht mir Spaß. Kommt rüber. Ich hoffe, du bist überzeugt, Moritz. Ich bin überzeugt. Ich habe dich auch im Vorgespräch gefragt, wo du die Firma noch hinbringen willst und da hast du gesagt, na, wir sind jetzt 30 Leute. Ja, ich höre jetzt nicht vor, dass es irgendwie ein Riesenkonzern wird, aber in drei Jahren sollten es schon 100 sein. Ja, also so weit würde ich gar nicht gehen. Aber also der erste Teil, den du gesagt hast, der stimmt auf jeden Fall. Ich will es, also, das ist eben auch die Frage, aus was für einer Motivation heraus haben wir das gegründet? Der Jan und ich kommen beide aus absoluten Corporate-Umfeldern, haben sicherlich viele Vorteile kennengelernt dieser Corporate-Umgebung, haben aber eben auch kennengelernt, an welchen Stellen so eine Riesenorganisation vielleicht manchmal kranken und haben einfach für uns ganz persönlich entschieden, dass wir eben in einem kleineren Umfeld arbeiten wollen und da ist die L21s ein tolles Vehikel für. Insofern, ich möchte, dass die L21s immer diesen persönlichen, agilen, flexiblen Touch behält. Ich möchte aber auch, dass wir noch weiter wachsen, weil ich glaube, dass uns mehr Vielfalt im Team und auch natürlich mehr Vielfalt in dem, was wir sozusagen gleichzeitig für unsere Kunden stemmen, würde uns sehr, sehr gut tun und würde uns insgesamt einfach noch interessanter und kompetenter machen und deswegen werden wir sicherlich noch weiter wachsen. Ob das jetzt in drei Jahren schon 100 Leute sind, das wäre zügig, aber das ist auch nicht unschaffbar, wenn man das möchte. Cool. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich danke dir, Moritz. Und dann ist es eigentlich an dir nochmal zu sagen, wo man mehr über dich und über L21s erfahren kann. Ja, sehr gerne. Der einfachste Weg ist, ihr meldet euch bei mir bei LinkedIn. Ich bin Tobias Larscheid. Ihr könnt euch auch sehr gerne auf unserer L21s.de Webseite umsehen, wenn ihr Lust habt, mit uns ein Projekt zu machen oder ihr geht auf karriere.l21s.de, wenn ihr Lust habt, für uns zu arbeiten. Und dann lernt man dich auch kennen. Da ... Ich versuche natürlich an allen Stellen zu helfen, ja. Finale ist, also ... Bist du der Erstkontakt, wenn Kundenanfragen kommen sozusagen? Oder der Entscheidende? Ja, ja. Und im Recruiting ist es sogar auch noch so, dass der Jan und ich mit vielen Bewerbern direkt am Anfang sprechen, weil wir gemerkt haben, das ist vielleicht für alle da draußen, die auch Recruiting machen, aus unserer Sicht, haben wir noch wenig Zeit? Ich mache es ganz schnell. Wir haben Zeit, klar. Okay, alles klar. Können wir noch eine Stunde reden. Genau, also das ist aus unserer Sicht ein absoluter Recruiting-Hack, weil wir gemerkt haben, dass es unheimlich überzeugend ist, wenn die Leute mit dem Geschäftsführer sprechen und zufällig hat der Geschäftsführer auch noch Ahnung von Technik. Das ist etwas, was uns im Bereich IT-Recruiting unschlagbar macht, weil es einfach unheimlich viel Credibility gibt, zu sagen, da ist nicht irgendein HRler, der mir sozusagen Programmierungen verkauft. Ja, genau. Oder irgendwie eine Checkliste mit Programmiersprachen hat, sondern da ist jemand, der wirklich das Geschäft versteht und der Verantwortung hat und der direkt mit mir spricht. Und von dem die Leute dann im Grunde auch fachlich lernen können. Das, genau, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Genau. Und deswegen bin ich an vielen Stellen immer noch der Erstkontrakt, ja. Cool. Vielen Dank, Tobias. Bin sehr gespannt, wo es euch noch hinführt. Gerne, gerne. Und kann nur noch mal zurückverweisen, wenn euch der Lebenslauf von dem jungen Mann interessiert, wie er da hingekommen ist, haben wir da auch noch mal eine Folge zu aufgenommen. Ansonsten schreibt uns bei LinkedIn, wie ihr die Folge fandet. Lasst einen Daumen nach oben da. und genauso auch beim Podcast mal wieder fünf Sterne geben. Habe ich schon zwei Jahre nicht gefragt. Ist eine absolute Katastrophe. Irgendwann verschwinden die auch schon wieder. Deswegen musste ich das mal wieder loswerden. Und ich sage, cool, dass du dabei warst, Tobias. Cool, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about consulting. Das war'sHAD, okay. Aber w